Ohne und Bonzen zu diesem Vorbericht. Es geht wieder los. Bundesliga ist zurück. Ist das geil. Am Sonntag geht's los. Erster Spieltag für unseren VfB. Dann wird es 85 Tage her sein, dass uns Legendo gegen Köln gerettet hat. Es wird ein Heimspiel gegen RB Leipzig. 15.30 Uhr ist am Pfiff. Gehen wir rein in den Vorbericht rund ums Spiel. Okay, Pokal. Damit liegt man los. 0 zu 1. Haben wir es gepackt. Beide in der Montreste. Erste Pokalrunde ist bestanden beim Drittligisten. Matarazzo war nicht so ganz zufrieden. Vor allem in der zweiten Halbzeit nicht. Aber am Ende des Tages ist gut. Es war halt ein Kampf, gerade nach der gelb-roten Karte. Da hat es dreimal Alu und bist weitergekommen. So, darum geht's. Du bist weitergekommen. Zweite Pokalrunde. Bist du dabei. Und es hat sich also ein bisschen angekündigt, dass Rino ein bisschen ein härterer Hund wird, sag ich jetzt mal, in der neuen Saison. Im positiven Sinne. Also, dass er keinen Spannungsabfall zuletzt. Immer den Fokus hochhalten will. Das ist ja auch absolut wichtig. Haben wir letzte Saison auch vor allem gesehen. Stimmung. Klar. Und nur über den TV gesehen. Wir haben ja gestreamt. Aber er war sehr, sehr nice. 2700 VfB-Fans am Start in Dresden haben Völkers gegeben. Nächste Runde. Auslosung erst am 4. September. Weil Bayern und Leipzig noch ran müssen nach dem Supercup. Da war interessant. Weil du hast noch einen KSC in der Auslosung. Die Kickers sind weitergekommen. Schon gar Kickers gegen Fürth. Da ist einiges Geiles am Start. Halleluja. Ja, der VfB macht es. Eine Modernisierung der Clubmedien wurde angekündigt. Ich habe es ja oft kritisiert. Nicht selbst in dem Video, was ihr jetzt hier gerade mit dem Thumbnail seht. Und nun passiert was. Auch sehr geil. Vorne mit dabei das VfB-Format VfB Inside. Was wir aus Trainingslager kennen. Was allen sehr gut gefällt. Wird fortgeführt. Kommt scheinbar jetzt alle zwei Wochen. Wird hier als Mini-Doku quasi benannt. Das Thema VfB Inside. Richtig geil. Ich habe richtig Bock drauf. TikTok haben sie jetzt auch. Auch easy für Reichweite. Muss sich jedem gefallen, die Plattform. Ich finde es nice, dass sie jetzt einfach auch am Start sind. Für VfB-TV soll auch eine Lösung gefunden werden. Es geht bergauf. Stadionvlog. Weil den habe ich natürlich auch fest eingeplant. Für Sonntag gegen Leipzig. Ich hoffe mal, dass es einfach weiterhin, ja, das alles problemlos läuft. Es ist nicht gestript oder auf YouTube oder sonst was. Sollte aber weiter fit gehen. Ich sehe keinen Grund, warum sich daran was ändern sollte. So zieht euch nochmal zum Hypen ein paar Videos rein hier. Ich mache ein bisschen Promo für meine eigenen Videos. Aber so ist es. Kölnvlog natürlich. Klare Geschichte. Auch das Stadionvlog Best-of. Push das Ding nochmal. War sehr, sehr viel Aufwand drin. Ich finde es sehr geil geworden. Hypt euch damit nochmal schön rein für Sonntag. Und ihr wisst ja durchs Video zur Dauerkarte auch, wo ich bin. 35c. Mies geile Plätze. Ich habe richtig Bock. Karawane. Die ich natürlich auch mitlaufen werde am Sonntag. Klare Geschichte. Das Comeback der Karawane. Cannstatt gab ja während Zuschauereinstellungen und so weiter. Gab es ja nicht. Jetzt nach drei Jahren wieder. Letztes Mal, was war das? 2019 vor dem Zweitelliger Eröffnungsspiel. Freitagabends war es, glaube ich, gegen Hannover 96. Motto klar. Alle in Weiß. Klare Geschichte. Treffpunkt 13 Uhr. Bahnhof Bad Cannstatt. Es geht los. Start um 13.30 Uhr vorm Stadion. Also alle, die ins Stadion gehen, mit in die Karawane, mit in die 15. Karawane. Heimspiel. Denn dort will die Karawane im Endstag jetzt natürlich enden. In einem Heimspiel bei uns, das auch ausverkauft ist. Zumindest von VfB-Seite aus. Jetzt hier stand zwei Tage vorm Spiel. Nur noch Restiges übrig. So 46.000 Karten sind grob verkauft. Und das ist halt dieses Jahr ausverkauft. Weil wir können ja nur um die 50.000 Karten verkaufen, wegen Umbauarbeiten. Bei der Haupttribüne fallen ja Plätze weg. Und natürlich gehen auch wieder 10% an die Auswärtsfans. An Auswärtsklub ist ja klar. Leipzig, können wir auch erwarten, nimmt nicht unbedingt alle wahr. Kommen wohl so 600 scheinbar. Dadurch auch Oberrang-Tickets frei geworden. Da haben wir vielleicht Wiederholungsbedarf von der Aktion hier, von dem Spruchband gegen Hoffenheim damals. Achtung, denn der VfB hat einen Infotext veröffentlicht, wichtige Besucherinformationen für das Spiel. Und die sind wichtig, weil die Haupttribüne hier nochmal weitere Änderungen bringt. Der Fritz-Walter-Weg ist gesperrt, Nummer 1. Aber für mich vor allem auch das große Thema, natürlich, weil ich ja selber rein muss, Zutritt zur Kantschaler Kurve. Es gibt eine neu geschaffene Drehkreuzanlage D1, Höhe VfB-Fancenter. Und nur dadurch kann man in die Kantschaler Kurve rein. Und das wird witzig. Die ist ja ausverkauft, wird es auch immer sein eigentlich, weil die ist ja schon quasi durch Dauerkarten ausverkauft. Insgesamt haben wir etwa 28.500 Dauerkarten verkauft. Und dazu eben auch der Effekt der Karawane. Weil gefühlt trudeln wir ja eigentlich dann alles zeitgleich ein. Viele natürlich aus der Kurve werden auch in der Karawane sein. Und trudeln gefühlt alle gleichzeitig eben in den einen Kurveneinlass ein. Also das könnte lustig werden. VfB empfiehlt natürlich frühe Anreise und Einlasszeit einzuplanen. Statistik. Denn die Vergangenheit gegen RB Leipzig macht nicht unbedingt Hoffnung. Insgesamt sind es acht Spiele, die wir gemacht haben gegen Leipzig. Sie sind noch nicht lange am Start der Klub. Wir wissen ja alle. Ein Unschieden. Sieben Siege für Red Bull Leipzig. Ja, zu Hause sind es vier Spiele, die wir gemacht haben. Davon ist eben das eine Unschieden dabei. Ein 0 zu 0 damals. Und drei Niederlagen zu Hause. Wir haben also noch nie gegen RB Leipzig gewonnen. Das darf sich gerne ändern. Kader. Eben auch in Bezug auf die Startelf natürlich. Hat sich jetzt nicht so viel getan im Vergleich zur Lage gegen Dresden, sag ich jetzt mal. Unter der Woche Sosa, Kalajic und Karasso zurück im Mannschaftstraining. Und natürlich auch unter der Woche. Hab auch wieder zu gemacht. Gerne abchecken. Neuzugang. Dann Luka Pfeiffer, der auch tatsächlich 20 übernommen hat. Von unter anderem natürlich unserem Goat Philipp Förster. Und an der Pressekonferenz heute hieß es auch Sosa und Atta keine Option. Kalajic schon. Vielleicht Bank. Vielleicht sogar aber auch sogar Startelf. Mal gucken, wie es da aussieht. Schönoff und Stenzel fraglich. Da tut sich also ein bisschen was. Denkt trotzdem, dass Kalajic im Hinblick auf meinen Startelf-Tipp nicht direkt in Startelf kommt. Ich glaube, der kommt eher von der Bank aus. Und auch bei Schönoff bleibe ich bei Schönoff. Ich hoffe, dass sich das fraglich einfach streicht und er am Sonntag spielen kann. Weil es fehlen auch Koulibaly-Fets. Es fehlen Sosa-Flets. Da sind nicht so viele andere Optionen mehr auf links übrig. Außer du änderst halt irgendwas an der Ausstellung und an der Formation und so weiter. Aber du musst eigentlich Schönoff spielen lassen. Bin mal gespannt. Hoffentlich streitst du das fraglich raus. Wie gesagt, Koul wäre im Pokal möglich gewesen. War ja am Kader. Da habe ich mich vertan beim Vorbrich gegen Dresden. Jetzt dürfte es aber auf jeden Fall nicht sein. Die rote Karte aus Sandhausen müsste sich übernommen werden. Also keine Optionen für den Kader. Hätte wahrscheinlich sowieso nicht gespielt. Und auch schon dadurch Müller. Wagner-Mafropanos. Das war Anton Ito. Davor Amada Endo. Dann die Dreierreihe Silas Fyriciolinoff. Und ganz vorne drin Tomasch. Prognose. Und man geht hier ganz klar als Außenseiter rein. So da brauchen wir uns auch nicht anlügen, würde ich sagen. Leipzig ist ein Champions League-Klub. Der Kader ist brutal. Jetzt auch Raum erst als Neuzugang präsentiert. Der große Faktor für uns kann und wird sein, ist eben dieses Heimspiel. Diese Atmosphäre. Auf den Rängen wird Leipzig geschlagen. Das ist klar. Ist aber auch nicht unbedingt schwer. Auf dem Platz ist eben die andere Frage, was da drin ist. Aber gut. Unser Kader hat was in sich, was Leipzig wehtun könnte. Tempo. Spielfreude für Konter gerade auch. Da ist halt wieder so ein Thema, das auch gegen Dresden hat. Das ist ja mit der letzten Saison auch das Thema Effektivität, Abschlussstärke. Eiskalt sein da vorne drin. Weil die Chance, die du bekommst gegen Leipzig, da muss halt eine gute Quote dabei sein. Es muss halt on point sein, die Effektivität. Sonst würdest du da nichts mitnehmen. Das ist oft ein Problem. Tippe trotzdem ganz optimistisch auf den Punkt. Ein 1 zu 1 zu Hause gegen Leipzig. Die Saison wäre, glaube ich, sehr, sehr nice. Alles zählbares gegen Leipzig nimmt man, glaube ich, mit. Und wenn wir einen Punkt holen, auch wichtig. Über die Saison werden wir es eh irgendwann tun. Gehe ich mir fest davon aus. Überholen wir den HSV in der ewigen Bundesliga-Tabelle von der Gesamtpunktzahl und so weiter. Eure Prognose in die Kommentare. Abschuldung natürlich auch im Community-Tab. Sieg und entschieden. Niederlage. Kicktipp. Weil da haben wir wieder, wie letztes Saison auch, eine Runde am Start, wo ihr alle reinscheuen könnt. Ist kostenlos. Aber natürlich, je nachdem, wann ihr das Video jetzt seht, könnt es eng werden, wenn ihr nicht in der Runde seid. Mit dem ersten Spieltag zumindest. Auch mit Bonustipps, die vor dem ersten Tag abgegeben werden müssen. Habe es aber auch schon am Mittwoch gesagt. In den Instagram-Story auch schon gesagt. Wir haben eine Kicktipp-Runde am Start. Kommen da gerne rein. Natürlich auch, wie letzte Saison ich auch schon das gehandhabt habe, hier auch neben mir nochmal der gesamte Spieltag getippt. An alle, die im neuen Start sind, gerne das kostenlose Abo da lassen. Bedankt für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal.